Ich sehe gerade in so einer... Du kommst aus dieser Eichsfeld-Gruppe da. Na, wo die... Ich sehe auf Facebook, sehe ich gerade in der Eichsfeld-Gruppe, dass irgendeine Schule jetzt Hotpants verbieten will, im Sommer. Und die haben hier eine Abstimmung gemacht. Also, ich kann es immer so sagen. 593 Leute haben dafür gestimmt und 85 dagegen. Ja, die sind alle Eltern, die da drin sind in der Gruppe. Die wollen nicht, die sind alle Eltern. Das sind alles schon Elternteile, die da in der Gruppe drin sind. Die wollen nicht, dass ihre Kinder sowas anziehen. die haben. Sie haben zu schauen und machen, dass sie viel kommen. Terminan. Sie haben. Sie haben. Sie sind nicht alle. Sie haben. Okay. Oh, unser Team ist scheiße. Oh, was ist denn da noch weniger? Ich muss ganz sagen, ich krieg wenig Heilung, aber es fehlt auch noch Heilung. Das geht natürlich mir so viel in den Arsch. Nein, ist ja auch alles gut. Es fehlt ja auch einer. Das ist der einzige Heile. Sind ja 5 gegen 6 hier gerade. Nicht so weiter hinten gehen, Selina. Ja, warte. Die Ult geht durch Häuser durch. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Geht mich heim, bitte. Hinte, wohne. Hinte, wohne! Hinte, wohne! Ich bin gerade schon unten gewesen. Tut mir leid, Maus. Ja, mein Gott, sind die Leute einzigen, was sie wollen. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht, warum man denn so ein Drama wegen sowas macht. Das ist eine Wurde, die du hinterherbringst. Weiter hinten. Naja, trotzdem ist die da. Schade. Naja, ich schade ihn. Ja. Hm? I don't know. Ja, weil ich mich anstrengen habe, weil ich der Einzige bin, der was macht. Ich habe alles gold. Ich finde das ganze Thema komplett übertrieben dargestellt. Ich finde das ganze Thema komplett übertrieben dargestellt von den Medien, weil es gibt immer irgendwelche Typen, die sowas machen wollen, einfach nur weil sie sich dran aufguiden und was weiß ich nicht alles. Nur, das wirst du auch niemals abstellen können, leider Gottes. Das ist ja das Problem. Achtung. Und man kann sich da auch drüber aufregen, was man will, solange nicht Deutschland hat doch die Strafen für sowas viel zu wenig angesetzt. Was weiß ich, Vergewaltigung, keine Ahnung, 10 Euro Strafe, so ungefähr. Sisst du, das meine ich nämlich, solange die... ... ... Hm. He's hitting, but I- Okay. Oh, I'm dying. Whew. Also, ich muss sagen, ich bin ein guter Hamster bei Wunden kraut. Also, das, was ich eben gerade gemacht habe? Holy shit. Ich will hoffen, dass du was mir heilertest. Also, ehrlich. Ich stehe mir denn die ganze Zeit Leute durch meine ulti in orderlicht. Die Heilung war auch gut gewesen. Also, wirklich. Deine Heilung war auch gut gewesen. gerade eben bei dem punkt die ganze zeit zurückgezogen nee du hast noch ein bisschen da gestanden es war ein millimeter doch doch ich habe es gesehen ich war genau ich war genau hinter dir selena ich war genau hinter dem ich stand zwei meter weiter es war ein paar millimeter wie du raus geguckt dass da vielleicht ein zippchen von einem flügelchen herausgeguckt das war ganz bisschen die highlight das ist männlich ich spiele jungen gott haben verloren was so ein scheiß gericht hatte also ehrlich ja sowas aus den selena ja so ist es auch normal so sollte es auch aussehen man soll ja nicht so viel zeug haben als wir aus dieser mann so viele kills haben oder damage genau oops Untertitelung des ZDF, 2020